Morgensternpfad Ja, ich bin schon gerade dabei, das... Ich bin der Meinung, dass... Ähm... Machen wir mal so... Und so und so und so und so und so und so... Oh, so schwer kann das doch nicht sein, ne? Naja... Äh, hast du jetzt... Hast du jetzt wenigstens schon mal rausgekriegt, in welcher Reihenfolge du bist? Wenn du die anordnen musst? Ich glaub mir, also es ist... Und ich hab's schon! Was? Ich muss noch eins verschieben, dann hab ich's! Das ist nicht dein Ernst! Das ist mein Ernst, mit 44 Zügen! Möchtest du's hören? Nein! Nein! Das glaub ich dir nicht! Ich glaub's dir nicht, Mann! Du kannst doch nicht... Du hast ein anderes Rätsel angefangen! Nein, Quatsch! Das soll ich nicht machen! Warum? Was hast du gemacht? Keine Ahnung, hab ich mir nicht gemerkt, aber ich fand das jetzt total leicht! Hey, du... Entschuldige! Oh, du... Du Blöder! Du... Oh, wie geil! Wie du jetzt schon seit Tagen mir erzählst... Boah, das wird so schwer! Da hängen wir ewig dran! Oh, wie geil! Ja, mach mal hinne, du! Komm, dass wir weitermachen können! Du blöder Typ, du, ey! Ja, genial! Oh, du bist so klasse! Oh, du bist so klasse! Weißt du das? Ja, danke! Ich weiß! Ich könnte dich hassen! Oh, ewig! Aber ich glaub, so schwer ist es dann doch vielleicht wirklich nicht! Und dann sitz ich doch ne halbe Stunde dran! Machst du wenigstens oder laberst du nur die ganze Zeit? Ja, jetzt mach ich's! Ich dachte mir, ich werd mir das erst mal zurechtlegen! Ach so! So schön wie's geht, aber... Es muss nicht sein! Ich schaff das auch so! Ja, okay, es ist ja dann Glück gewesen, was du hattest! Mehr nicht! Ja, ja, das sagst du jetzt! Es tut mir leid, ich kann doch auch nix dafür, dass ich so schlau bin! Ja, schlau, das ist nicht schlau, das ist... Das ist... Du! Fertig! Genau! Mein Name ist ein Synonym für Schleue! Schleue? Das klingt irgendwie wie so... Schleue, ja... Wie irgendwie so ein Mittel gegen... So ein Abführmittel, Schleue! Schleue und Weizenkleie! Oder so! Du solltest ein Patent drauf anmelden! Ja! Gibt's das Wort? Ich weiß es doch nicht! Ich auch nicht! Ich mach mich jedenfalls hier grad zum... Horst! Ganz offensichtlich! Weil ich irgendwie nicht so weiterkomme! 44 Züge wie... Na gut, 45! Den letzten muss ich noch mitzählen! Ich weiß nicht, wie viel man mindestens braucht, aber... Steht es... Oder steht es da? Warte mal, ich geh mal weiter! Warte mal, jetzt... Jetzt bin ich auch langsam dran! Ich glaube, jetzt... Jetzt kommt's! Naja... Nicht ganz! Rasch weiter über das Drachenrücken! Jenseits des Morgensternfahrts wartet schon der Professor der Züge! Das war ja wirklich nicht so schwer! Das war wirklich nicht so schwer! Hast du... Na Gott sei Dank! Aber ich hab trotzdem mehr Züge gebraucht! Ist aber egal! Ich hab's geschafft! Ne! Ich hab gedacht, wir müssen jetzt wieder ewig warten, bis du das da hast! Nein! Diesmal nicht! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ich dachte mir... Machst du's mal gemütlich? Der wird schon nicht so lange brauchen! Und was ist? Ich hab' noch nicht mal angefangen! Da warst du fertig! Ah, genial! Es ist vollbracht! Damit sollten wir diese dunkle Kluft nun sicher überwinden können! Ich glaube, jetzt kommen auch keine schiefe Rätsel mehr! So, jetzt hab' ich die Münze auch! Ähm... Ist hier noch irgendwie was? Ne, ich glaub' da kommt dann nix mehr weiter an Münzen! Ne! Der Abkrupp ist drabenschwarz! Hm, okay! Blablabla! Achso, trete zurück! Ich öffne die Tür oder sowas, hat er gesagt jetzt! Sehen wir uns vorher! Weiß, welch tückische Tricks Ihr zukünftige sich für uns bereithält! Und jetzt... Psst! Wenn du irgendwann vorhast, was zu sagen oder zu lachen oder sonst was... Egal, irgendeine Reaktion... Halt die Klappe! ...das Mikro zu! Willkommen, Herr Schlayton! Hä? Ich verlange eine Erklärung! Achja, und ein Tipp! Mach bitte das nächste Mal deinen Sound leiser! Ja! Den hört man! Ich hab' ihn schon leiser gemacht gerade! Ich hab's gemerkt! Ja, also... Weiter! Sind... Sie wirklich Professor Layton? Hehe... Aber natürlich bin ich das! Erkennst du etwa deinen lieben alten Freund nicht mehr? Ich... Ich weiß nicht! Sie sind mir nicht geheuer! Und du, Börschel? Erkennst du dich selbst etwa nicht wieder? All die Macht! All der Reichtum! Dies alles verdanken wir unserem Ehrgeiz und unserer Intelligenz! Hm... Hat er gerade verdankt ihr gesagt? Und nicht verdanken wir? Hm... Bin ich mir jetzt nicht sicher! Das kam mir so vor! Was ist, Professor? Bist du schon da, wo sie nicht mehr rät? Nein, noch nicht! Okay! Doch es ist klar, dass sie bloß ein Schabertan sind! Ach, bin ich das? Worauf wollen sie hinaus, Professor? Das würde mich auch brennend interessieren! Ich bin schon ganz gespannt auf deine Erklärung! Na toll, jetzt darf man wieder lesen! Sie sind ein Schwindler und ein Hochstapler! Und ich werde ihre Sch... Scharade entlarven! Genau! Warte mal kurz, du? Ja? Können wir hier kurz einen Cut setzen? Ich muss mal gerade 5 Minuten weg! Ja, können wir, wenn du willst! Ja, bin gleich wieder da, du! Okay! So, dann... Bist du wieder da? Bin wieder da! Kann weitergehen! Gut! So, wie spreche ich denn jetzt? Faszinierend! Bitte, fahre doch fort! Luke, würdest du bitte ein Rätsel für mich lösen? Oh Gott! Jetzt muss ich zweimal... Dann muss ich jetzt eine Doppelrolle übernehmen! Geil! Aber was? Ein Rätsel? Aber... Aber wieso denn gerade jetzt, Professor? Ah, mein Stylus! Ein Rätsel? Nein! Blockgebilde! Achso! Ja... Blöcke unterschiedlicher Formen wurden vorsichtig aufgetürmt. Dieses Bild zeigt das Ergebnis aus der Seitenansicht. Allerdings wurde die Perspektive um ein unbekanntes Maß gedreht. Die Blöcke unterliegen der Schwerkraft, weshalb jeder Block, der weder den Boden noch einen anderen Block direkt unter sich berührt, herunter purzelt. Wenn du die Blöcke aus dem richtigen Winkel betrachtest, wo müsste dann oben sein? A, B, C oder D? Also, gucken wir mal. Ähm... Das kann es schon mal nicht sein. Moment... Ähm... Ich schwanke gerade zwischen zwei... Ich glaube, ich hab's... Mal weiterschauen... Das kann es auch nicht sein. Ah, okay, okay, jetzt weiß ich's. Und das kann es auch nicht sein. Okay. D. Ich auch. Was ist oben? D. Richtig. Hm... Wie wäre es hier? Ja... Weil wegen... Ich hoffe, es wird angezeigt, sonst ist jetzt Pech mit der Erklärung. Ja, also, okay, hier wird's angezeigt. Da fällt's runter, da fällt was runter und da fällt was runter halt. Irgendwas fällt irgendwo immer... Irgendwo fällt irgendwas runter, außer wenn D oben ist. Das ist jetzt die Erklärung, die ist unumstößlich. Fertig. Wer das genau erklärt haben will, muss... selber spielen. Genau. Dass der Junge nicht auf den Kopf gefallen ist, wissen wir mal... äh, wissen wir mittlerweile. Aber wovor... Bäh, bäh... Aber worauf hüpft du ihm auf? Etwas Geduld. Zuerst würde ich Ihnen gerne eine kleine Frage stellen. Wie wissen... äh, wie Sie wissen... Wie Sie wissen, kann ich nicht mehr richtig lesen. Wie Sie wissen, trage ich immer einen Füllfederhalter bei mir, aber ist der weiß oder schwarz? Sagen Sie mir, welche Farbe er hat. Welch unz... äh, welch unziemliches Rätsel für dich, mein Wester. Es entbehrt jeder logischen Grundlage. Ich weiß gar nicht mehr die Antwort, aber ich glaube, ich... Kann's mir wieder denken. Ich kann keine Gedanken lesen und blindes Raten lehne ich strikt ab. Wie also soll ich deine Aufgabe ohne den geringsten Anhaltspunkt lösen können? Sie wissen also nicht, welche Farbe der Füllfederhalter in meiner Tasche hat? Natürlich nicht. Bemerkenswert! Bitte... Luke, denk an das Rätsel, das ich dir gerade eben gestellt habe. Was würde passieren, wenn man die untere Reihe Blöcke des Konstrukts in dem Rätsel entfernen würde? Ich... äh, die anderen Teile würden in sich zusammenfallen, nehme ich an. Exakt, die Blöcke im Zentrum des Konstrukts würden nicht einfach in der Luft hängen bleiben. Die mittleren Blöcke werden allein von ihrem Fundament gehalten. Was? Wären Sie wirklich ich, hätten Sie exakt diesen Moment bereits erlebt. Damit würden Sie natürlich auch die Farbe des Schreibgeräts kennen, das ich bei mir trage. Hingegen scheint Ihre Antwort zufolge Ihrer Erinnerung an diesen Moment verschwunden zu sein. Und jetzt denken Sie an die Blöcke meines Rätsels. Zusammen bilden Sie eine stabile Struktur. Entfernt man jedoch einen Block, der die anderen stützt, fällt alles in sich zusammen. Und genau dies ist gerade mit dem Konstrukt geschehen, das Sie uns präsentiert haben. Jetzt wird mir alles klar. Ich dachte schon, du hast nicht gemerkt, dass du dran bist. Ich bin eingeschlafen. Was denn? Das ist Story! Das ist wichtig! Ich war so gebannt von deiner Stimme, weißt du? Pah, na sagen Sie schon, welche Farbe hat der Federhalter denn nun? Meine Tasche ist leer, wusste ich's doch. Es gab nie einen Federhalter. Gah! Gah! Boah! Man sieht's schon. Ich dachte mir schon, dass Sie hinter allem stecken, Dr. Stalipin. Dr. Eggman! Oder, sollte ich sagen, Dimitri Elm. Vorzüglich geschlossen, Professor. Ihm kann wirklich niemand etwas vormachen, stimmt's? Tja, jetzt wissen wir, was los ist. Der böse Professor ist nicht der böse Professor, sondern... Der böse Doktor. Der böse Dr. Eggman. Aka Dimitri Elm. Mann, das mit dem Dr. Eggman wollte ich sagen. Haha! Nur weil du wieder in die Filmsequenz reinlabern musstest. Ich hab mich schön dran gehalten. Aber nein! Und du hast gerade bei mir reingelabert. Na, die reden doch gar nicht mehr. Doch, jetzt bei mir schon. Ich hab weitergeklickt. Achso, ich wollte noch hier die aufgelösten Rätsel vorlesen. Mach doch. Egal. Tu's still und leise. Schon zu spät. Sie waren es also, der in meinem Namen Wissenschaftler entführt hat. Verraten Sie mir nur, weshalb. Wie sollte ich denn allein eine Zeitmaschine bauen? Es wäre ein aussichtsloses Unterfangen. Also begrud ich meine frühere Identität und nahm Ihren Namen an. So wurden Sie zum Sündenbock. Und welch ein Glück. Eben dies stellte sich als der perfekte Köder heraus. Schließlich würde der noble Hörschen Lehm niemals zulassen, dass man seinen guten Namen besucht. Und schon stehen sie auf meiner Türschwelle. Doch dazu eher als erwartet. Sie sind ein echter Schuff, wissen Sie das? Aber wieso ich? Sie hätten sich doch jeden als Sündenbock aussuchen können. Oh, mitnichten. Sie oder keiner. Sie nämlich sind für den Bau meiner Zeitmaschine unverzichtbar. Oder, um es genauer auszudrücken, Ihre Erinnerungen sind es. Was wollen Sie damit sagen? Das Beste ist natürlich, dass ich schon längst habe, was ich von ihm wollte. Aber natürlich, dieses merkwürdige Gerät. Langsam dämmert es Ihnen, was? Der Visor, den Sie trugen, war eine kognitive Extraktions-Einheit. Schlicht gesagt handelt es sich um ein Gerät zum Aufzeichnen von Erinnerungen. Von hier? Wozu in aller Welt sollten Ihnen meine Erinnerungen dienen? Ganz einfach. Es sind wertvolle Tage. Dank dieser Information kann ich das Experiment wiederholen, das an jenem furchtbaren Tag stattfand. Von welchem Tag sprechen Sie? Von dem Tag, an dem ich alles verlor, was mir je wichtig war. Ich verstehe immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen.